Flotte Rhythmen bei der VW-Pressekonferenz auf der Autoshow in Detroit. Jung und dynamisch, so gibt sich VW auf dem weitläufigen Stand in der Kobo Hall, mitten in der Autometropole in Michigan, wo sich traditionell die Automobilindustrie zum Jahresbeginn ein Stähldich eingibt. Hier dabei zu sein, ist ein Muss. Wer in der Welt erfolgreich sein will, muss auch in den USA erfolgreich sein. Deswegen habe ich uns klare Zielsetzungen für den USA gegeben. Und ich muss sagen, ich bin im letzten Jahr nicht unzufrieden. Wir haben über 600.000 Fahrzeuge als Konzern verkauft. VW zeigt vor allem die Modelle, die in den USA auf dem Markt sind. Den US-Passat, den Jetta und jetzt auch den Golf 7, der ab dem Frühjahr verkauft wird. Und natürlich hat Volkswagen auch Premieren am Start. Zunächst mal haben wir mitgebracht eine Variation des Beatles. Dann stellen wir hier den Golf vor, produziert auch in Nordamerika. Und ich glaube schon, dass der Golf als unser wichtigstes Auto auch hier in den USA erfolgreich sein wird. Mit dem E-Golf unterstreicht Volkswagen sein Bekenntnis zur umweltfreundlichen Mobilität. Äußerlich kaum vom normalen Golf zu unterscheiden. Abgesehen von den serienmäßigen LED-Leuchten und dem Schriftzug ist der große Unterschied unter der Haube. Der Golf ist wie sein Bruder E-Up, ist ein Effizienzweltmeister in seiner Klasse. Das ist das höchst effizienteste Fahrzeug weltweit und hat mit einem Durchschnittsenergieverbrauch von 12,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer einen sehr niedrigen Energieverbrauch. 190 Kilometer Reichweite beweisen die Alltagstauglichkeit des umweltfreundlichsten Kompakten aus dem Hause VW. Gebaut wird der E-Golf übrigens auf demselben Produktionsband wie die Modelle mit Verbrennungsmotor. Ich bin ein totaler Dieselfrieger und ich habe alle Diesel von VWs durch die Rocky Mountains gefahren und die sind wirklich großartig. Ich liebe es, Volkswagen ist sehr populär hier in den USA. Ich bin lange Zeit VW gefahren und es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Auto. Fun2Drive unter diesem Motto zeigt VW die Weltpremiere einer Studie, den Beetle Dune. Der Beetle wurde 50 Millimeter höher gelegt und auf fette 19 Zollräder gestellt. Dazu gibt es einen neuen Grill mitunter Fahrschutz und Wabenmuster, eine höhere Haube mit Kanten und runde Nebelleuchten in LED-Technik. Wir haben in die Historie geschaut und es gab bereits einen Buggy, eine Dune-Version, die sehr großen Erfolg hatte. Und genau diese Gene, die großen Räder, das höher gelegte Fahrzeug, das breite, satte Auftreten auf der Straße, das haben wir auf den Beetle übertragen und das Dune-Version realisiert. Mit seinem Auftritt auf der North American International Auto Show in Detroit zeigt Volkswagen, dass auch bei Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit der Fahrspaß nicht zu kurz kommen muss. Für die Zukunft sehen sich die Wolfsburger gut gerüstet. Der VW-Konzern hat den Absatz von einer Million Fahrzeuge pro Jahr in den USA fest im Visier.